Aaah, das ist vor allem nicht Absicht! Das ist alles geplant! Richtig, dass ich den Kau ein bisschen verschwinden kann. Als zweiter darf der Kamerloßbahn. Ähh! Als dritter der Danny. Geil! Als vierter der Saxon-Netz-Player. Äh, ich bin ganz nett. Jetzt kann's alles raushören, bei dir. Aber bei der Formel 1 ist es normalerweise so, dass der beste. Fünfter der Niko. Aber hier ist er Stock-Harr. Sechster der Tino. Was so weit hinten? Siehster der Rockdown. ok freunde ihr hättet die möglichkeit zu trainieren leute ja scheinwerfer und rundum leuchten bitte aus genau gar nicht okay alles bitte aus wie viele runden waren es noch mal drei ok wenn die runde weg was vor dir ist ja klar das ist das dann die physik so rumspackt das gar nicht mehr geht ich weiß doch nicht ich bin gar nicht ich auch nicht sowieso wurscht ich weiß nicht was die davon veranstaltet weil das wird denn vor mir und ich weiß also freunde alle bereit alle sitzen in den maschinen dann würde ich sagen wir starten jetzt einfach mal ne 3 2 1 los alles wird bremsen misst vorhanden die einen anzug das ist ja ätzend vor mit kärz ist der freundin gestartet hier hier gut gut kreuz kreuz scheiße ja genau hier vorne drehen sie sich schon auch ja du hast mir eine ja, wenn du dich ganz wehrst. Markus, die Taktik war doch gut, ne? Ja, wir sind den jetzt schon schlecht aufgestellt. Ich bleib' immer am Zaun hängen. Fröhlich gegen den Zaun. Ja, Carmen, danke. Bitte? Du bist mir nicht vorne. Ich bin kein Rennstrahl. Du hast die Kurve geschnitten, ganz einfach. Niko, lass mich vor. Genau, Dino. Genau. Dino. Ja, wir machen sich eben sehen bei 4ATs. Ich merk schon. Ah, fuck. Alter, Leberwurst. Scheiße. Ja, bleibt mal am Mais hängen, naja. Intosant. Du weißt nicht, was so Mais alles kann. Ja, genau. Ey, ihr Säcke! Guten, du musst das dann gewinnen. Ey, nur mal so zur Info. Die von Dino, drei. Leberwurst, bist du ganz hinten, oder was? Ja, ich häng' hier fest. Niko, was soll das? Ich bin aus dem letzten Team und bin ganz vorne an der Spitze. Weit entfernt von den Massen, ja? Ah, Dino, ich bin jetzt schon auf den Fersen. Aber ich muss sagen, das hier ist wirklich rasant. Zur Abwechslung. Aber ganz ehrlich, die Traktor haben eine scheiß Guckenlage. Die sind viel zu empfindlich. Ja, aber der Lenkrad geht nicht. Alter, fuck! Also mit dem Lenkrad geht's. Fuck! Nein, ich komm mit der Tür, ey. Und außen ist auch gut gemacht, Nico. Ähm, Guten, du musst einfach nur vor Marco ins Ziel kommen, weil... Soll ich dich raushauen? Dino, ich komme, ey. Kannst du mal alles? Sag mir den Sektor hier. Nein, schon wieder, ey! Ich leg' nur ein bisschen und hängst wieder mit dem Zau. Ich bin jetzt in der zweiten Runde gleich. Ja, ich wollte sagen, fahr mal irgendwo anders. Habe ich zwar schon längst gemacht, falls du das nicht gesehen hast, aber gut. So, ich bin in der zweiten Runde. Habt ihr so'n richtigen Junior reingebaut? Ne, ne? Ja, ne Blänkste. Ich meine, das Lustige ist ja dran, da muss ich jetzt Tino auch mal dafür loben, dass er mich selber wegrammt. Ey, ist ja nicht so, als wären wir ein Team oder so, nein. Ja, ich muss mich auch immer zurückhalten, dass ich den Rock-Docs hier nicht ramme. Ne, ne, Mr. Sozialer. Kein Stopp. Ja, wegen dir bin ich jetzt auf dem letzten Platz, ne. Das zieht's runter, das weißt du. Der steckt ja besser bei ihr Vater in den Rippen. Reißer. Ja. Dann bedankt euch wieder bei Tino, Kanal kennt ihr. Leberwurst überrunden lassen, überrunden lassen. Das geht so weit. Leberwurst soll nicht raushauen. Oh, Alter. Yes. Frage. Tino. Tino. Dann wollen wir nächstes Jahr bitte mit, äh, mit den Roadtrancs fahren. AAH! Scheiss. Ja, sauber. Carbon ist zu verpassen. Ah, sorry. Ehh. Komm, Coden. Boah. Der Carbon hat's richtig gerissen. Uah, Dirk. Was wird denn das? Du hast dich an den Schiedsrichter für Schiedsrichter, der Leberwurst ist... Na vor, vor. Der erste Wunderwurst dann. Nur zu egal. Ja, ich hab mich schon, ich hab mich schon gerade gewundert, wo der bleibt. Sorry, Coden. Ich wollte dich rammen. Aber irgendwie hab ich dich verfehlt. Es gibt Rache, Tino. Ach so, kannst du in Carbon helfen? Ja. Langsam geht's mit der Faktor. Ja, du musst dich an die Schiedsrichter. Auf welchem Platz befinde ich mich denn gerade? Ja, Markus, ich bin vor den guten gekommen. Der Platz vor mir, der hat gleich das Messer im Rücken. Ich werd fahren an deiner Stelle. Du kriegst mich eh nicht, weil du keinen Skill hast. Den Dragetor. Den Dragetor. Den Dragetor. Den Dragetor. Ich hab ein Maschinengewehr, das reicht. Boah. Mein TeamSpeak hat gerade wieder etwas ab. Du bist noch zu hören. Ich schrei wieder zu laut. Ich schrei so laut, dass der TeamSpeak angst. Gut, bist du reingefahren? Nein. Eigentlich war ich ja noch Nico aufhalten. Ah, das geht aber gut, Garbon. Nee, nee. Das ist immer nur an. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Der Tino ist dafür verantwortlich. Niemals. Was ist denn das los? Ich bin jetzt in der 503. Junge! Junge! Karbon ist erstmal positiv. Tino hat jetzt gerafft, dass er andere wegrammen soll. Nicht sein eigenes Team. Das war doch keine Absicht. Ja nö, das war keine Absicht. Habs gesehen. Bitte, dass Tino unten. Ja. Lässt es sich. Du hast eine Runde beendet. Ich hab die erste Runde gleich. Nein. Nein, scheiße. Der Grubi ist vor mir. Nein. Du machst das. Ich hab die erste Runde geschaffen. Nico, nein. Ich bin der Grubi jetzt da. Wer ist denn jetzt noch vor mir, bitte? Ey. Also auf Platz 1 ist Danny. Der Forma 98 ist auf Platz 1. Wer hat hier diesen Servicewagen dahin gefahren? Das bin ich. Ich muss Garbon helfen. Ja, und wir wollen die Gold machen. Das ist Safety Car. Nee, das ist Safety Car. Ja, da dürfen wir die überholen. Ja, genau. Safety Car. Ja, blöber was. Zieh ab. Ich sag's dir. Zieh ab. Nein. Nein, nein, nein. Rennen verläuft weiter. Nein, das ist meine Frage. Bei Überrundung wird kein Platz gemacht. Was ist denn das? Ist Stocker hier, ne? Das ist ja auch mit den Stocker-Startregeln, dass der ganz Sinn gestartet. Äh. Carbon jetzt hat sich so eine Mühe gegeben. Ja. Flo, ja. Ist der Carbon eigentlich schon durch? Ne, den hab ich gerade geholfen. Der ist mit nach Zaun gelegen. Ach stimmt, ja. Was wurden das jetzt, Doc? Taktisches Worten? Ich bin aber, ich bin vor Leberwurst, er ist nur im Moment vor mir. Magnus, wir werden nur Zweite in diesem ganzen Spiel. Nein, das geht schon. Der Guten ist vor uns. Nur. Wir kriegen die Erste. Ja, und dann Dani. Ja, ich weiß es. Aber wir kriegen wir vor uns. Danny. Ja, Danny, okay. Und ich hab Tino gut ausgedrempft. Aber Magnus, ich weiß, wir müssen jetzt Wrestling auf jeden Fall gewinnen, ne? Ja, das mach ich schon. Ja, das mach ich schon. Ja, ja, eh. Du kennst die Taktik, ne? Mal sehen, ob ich es noch schaffe, den Cowrun zu überwunden. Gleich eins voll vor dem Haul ist die Karte. So, Nico, jetzt bist du dran. Können wir zwei Runden Wrestling machen? Weil ich würd auch mal gerne wrestlen. Nico, jetzt bist du dran, bist du jetzt. Ach komm. Aber sowas von... Der Erste! Also bleib mal ganz locker. Das Wrestling hat Angelegen. Danny hat gewonnen. Da fangen wir mit den Regeln. Ist notiert. Ja, Flo, dann fahr mal dein Auto da weg, dann kann er da raus. Ja, das lässt du schön sein. Ich fahr noch mal ne Ehrenrunde, ne? So, ey. Entschuldigung, man muss da sein. Garbon, ich bin mal der Erste. Du kommst richtig schön an mein Italien. Ja, gratuliere. Ja, und du? Ich hab gar keine Fahne im Cocktail. Ich wollte ja eigentlich noch mal die Fahne schwenken. Ja, der Tino hat mir auf die Hürde rauf. Nico, fahr raus. Mit deinem Logo drauf gucken, gell? So ne Fahne. In den Servicewagen. Das war's doch für die Gamescom. Hey, Leute. Für die Gamescom machen wir uns alle Fahnen mit unseren Logos. Die schwenken wir dann. Lala. Mach so nen Fahnen-Einzug. Kannste machen. Ich sag Sex-Security-Bescheid, dass sie dich rauslassen sollen. Hey! Dino, musst du mich noch eine Runde? Ich? Ja. Ne. Doch, Dino, ist... Ich hab drei Runden. Ich hab auch drei Runden. So. Also ich mach gleich mal ne vierte. Ich mach hier grad noch die Ehrenrunde. So. Und jetzt kommt der Dock ins Ziel. Yeah! Im roten Ferrari. Du bist Viet! Weil ich Emil-Jass angefangen kriege. Das wär so Schass. Warte, das ist roter Lamborghini. Samu Lamborghini sind Konzern. Ja, genau. Das ist der Lamborghini. Das ist der Lamborghini. Ja, genau so wie Deutz. Alles... Ein... Ein Riesenkonzern, in dem man komplett in die Müllkönne stoppt kann. Also kannst du eigentlich rot der Lamborghini sagen. Ja, das ist... Oder ein roter Deutz. Ich bin der König des Traktors! Ich bin der König des Traktors! Yay! Also ich feld... Aber der König des Traktors ist der... Aber der König des Traktors ist der... Also die 3003er-Rote. Die sind... schlepper doch ich möchte für nächstes jahr bitte ein kassieren rennen kassier ein rothrain rennen wir haben mal gucken ob es überhaupt für ein nächstes jahr geben wird wieso nicht vielleicht gibt es ja dieses jahr schon was war ruhe 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 es sind doch leute auf der strecke eine runde zu ende fahren ja ich muss meine dritte an der kann ja kann es glaube auch noch auf der piste und leberwurst muss noch ihre runde ich hatte noch mal so eine scheiße das verpackt aber wenn du dich mit dem trecker dann so halbwegs angefreundet dass du die lenkung raus hast dann ist es einfach mehr probleme und das g7 platz nummer drei ich habe mich angeschlossen ist das sonst komisch oder ich schon mit 900 grad das ist richtig schön in den kurbel legen konnte genau da kommt der leberwurst da kommt der leberwurst und der darunter kann und der körper und der krieg ist voll das wird kein kopf und er hat einen aber respekt an den danny der wirklich komplett alles dominiert hat ihr zu reden 1200 meter vorsprung wirklich wunderbar jetzt wollen wir wieder teamwertung und wir brauchen auch wieder eine einzelwertung die sind schon wieder untergegangen ja doch aber wir gehen mal kurz in die pause ja genau wir gehen in die pause wir gehen in die pause die letzte pause freunde ja wo sind sie denn alle wo sind sie denn wo laufen sie ach da sind sie okay ja die auswertung fehlt noch vom rennen hier als wieder die teamwertung die einzelwertung und die platzierung jetzt in der gesamtwertung platzierung muss der topper machen okay dann hau rein also platz eins das ist der denny applaus applaus ist der guten applaus applaus platz drei ist der markus ich bin da keine sorge ich brauche mir auf das karte ziger die leberwurst und der beste im rennen war der herr karbon als letzter danke danke wunderbar das beste kommt halt zum schluss danke tino gell ja mein lieber teamkollege musste mich schrammen dass ich weit nach hinten falle er musste es tun diskutiert das dann nachher aus jetzt jetzt die gesamtwertung also am letzten platte ist immer noch das teambombkarbon also die punkte sind 69 haben sie das team vom dr x ist vierter das hat 76 punkte platz 3 das team vom sachsnetz die haben 81 punkte die können nicht abholen ja platz 2 ist team von markus die haben 118 punkte und platz 1 das team vom guten die haben 122 punkte anrufen dann gehen wir jetzt gleich zum match zählt doppelt oder bisher formel 1 da ist aber noch ganz am ende muss der team noch erster werden nein ganz am ende muss der mcmanias mich noch interviewen das schuldet er immer noch ja und jetzt gehen wir alle mal zum wrestling jetzt gehen wir alle zum wrestling